Ja Leute, was geht ab? Willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute eine neue Challenge mit meinem Bruder Willow Willow. Wir gehen heute schön Burger essen. Jeder Berliner soll die Lana eigentlich kennen. Wer mehr Burger schafft, ohne Beilage. Reine Burger. Und ja man, ich hab Hunger. Zeitbegrenzung? Gar nicht. Zeitbegrenzung gar nicht, aber... Trinken darf man, trinken durch. Trinken darf man, aber kein Pommes und sowas. Also reine Burger, wer mehr Burger schafft. Nur Burger, wer mehr Burger schafft, gibt's hier um irgendetwas. Okay, 200 Euro Community, meine Herren. Was musst du dafür machen? Liken, klicken und abonnieren. Wer mich nicht hinterlässt. Freut mich. Ich werde mir jetzt den Bauch voll hauen. Mein Ziel ist es 5. Mein Ziel ist 5, Lerner. Wenn du mehr schaffst als ich, dann landest du das Video nicht hoch. Ich sag dir ehrlich, ich rufe dich jetzt hoch. Ganz wichtig, ich nehme die Sache hier auch ernst. Meine Eier. Du musst dich frei kriegen. Ich ziehe mir den Pulli aus. Das Allerrichtigste am Ganzen kommt jetzt. Komm mal rüber. So, eine Sache gibt's. Es gibt hier verschiedene Burger. Die sind aber alle gleich groß. So, wir werden einfach... Jeder kann so, welchen Burger er essen will, nehmen. Fischburger, normale Burger. Hauptsache es kommt auf die Anzahl ab. Und Dings, Getränke zahlst du selber. Wir bestellen jetzt erst mal jeweils drei Burger. Er drei, ich drei. Dann, wenn wir beide mit den ersten zwei fertig sind, bestellen wir die nächste Ladung. Also dann ab zweier Schritt. Dann bestellen wir noch zwei. Und dann wird zuerst aufgeprodukt. Oder? Super, oder? Ich hab nachher noch Training. Nice. Ja, nice. Stellung jetzt. Wir nehmen alles. Nicht regulär, sondern Koppelzeit. Also Koppelzeit. Ich nehme auf jeden Fall Cheeseburger. Ohne Gurken. Ganz wichtig. Ohne Gurken? Gurken müssen runter. Aber ohne Käse. Weil es darf nicht zu viel drauf sein. Weil dann zu viel drauf ist, krieg ich's nicht zu gut runter. Alles klar. Und eine große. Zwei Mal, ja? Ja. Und eine große Coca-Cookie. Sehr gerne. Okay, also ich nehme auch einen Cheeseburger. Ja. Einmal Bulgogi-Burger mit Käse. Käse, ja. Und einen Chili-Lemon-Burger. Und für mich auch eine Cola Zero, aber mit Eis bitte. Cola Zero wird bei mir. Habt ihr Becher? Ein Glas, ja? Ein Glas, ja? Ein Glas, ja? Ja, so glasmäßig. Ein Glas. Alles klar. Und mit Eis. Ja, ja. Einmal. Ich bin extra gesagt, ich werde einen großen Becher. Weil ich kenne diese Videos aus Amerika, wo die immer diesen großen Becher abbeißen und trinken runter. Abbeißen und trinken runter. Ich will hier nichts genießen heute. Ich will Schlucken. Ja, Schlucken gefällt dir, oder? Ja, ich bin. Ja, wahrscheinlich. Ja, gefällt ihm. Gefällt ihm. Ich hab Cheeseburger und zweimal Bulgogi. Bulgogi ist so anderes Fleisch. Es ist so Grimmfleisch. Brummfleisch mit Zwiebeln und so. Ich hab so einen Lemon. Das ist auch noch so ein bisschen Detti. Ja, und Cheeseburger. Normalerweise. Let's go? Ich sag den. Jetzt kommt. Kein Zeitprogramm, oder? Erster Burger, denke ich. In der Lied. Ja. Ah. Ah, Isfallah. Funkt bei mir so. Nichts. Ich denke, er kann beim Salatsch gut machen. Das ist schlau im Leben. Ich sag dir eigentlich, wenn du mehr schaffst als dich. Stabilen Schuch. Du hast zwei weggehauen. Ich hab einen. Und ich esse schnell gerade, ne? Ich esse auch mit zwei. Hä? Ja, ist gut. Schick in meinen Arsch rein. So, mein Call ist, vier ist für mich, wo ich sage, bin ich zufrieden. Aber ich will fünf. Guckst du blöd, wa? Drei weg. Ich frage mich, wie es mich nachher bewegen soll. Du isst aber mies langsam. Wie nein? Schneller geht's nicht. Ich überlege gerade. Welcher Burger der nächste am Faust ist? Weil der und Cheeseburger ist der andere. Nummer drei bei dir. Und mein dritter ist. Warte kurz. Und wieder die nächste Runde, wieder drei Burger. Zweimal Cheese. Ne, dreimal Cheese. Zweimal Bulgogi. Und dann noch ein Bulgogi. Nochmal drei, drei. Das war's? Das war's, ja. Mehr? Digga, willst du mich verarschen? Fleisch isst du da drin hier? Drück dir das Fleisch raus. Ja, lass dich durchgehen. Lass dich durchgehen. Lass dich durchgehen. Lass dich durchgehen. Wie müde es sich dann? Als ob nichts angekommen ist. Wie es jetzt ist? Ja. Ich schwöre ich ab nichts. Bei dir? Ich sag mal so. Lüge jetzt nicht oder sowas. Wer nach diesen drei Burgern sagt. Und wenn er die Wahrheit sagt. Und dass bei ihm nichts angekommen ist. Hab ich dann in meinem Leben noch nicht erlebt. Das ist wirklich. Kann ich nicht glauben, weil das wäre krank. Koopa. Guck mal, wie die mir die Namen machen. Koopa. Ist das ekelhaft. Zwischenstab übrigens. Ja. Bruder, deswegen weiß ich nicht, wie die drei Burger jetzt angekommen werden. Weißt du? Wegen der Pause? Ja, in der Pause. Die neun sind machbar. Aber ich weiß nicht, wie die drei jetzt ankommen. Die neun sind machbar. Aber ich sag euch auch Shiso. Hört mir zu jetzt hier. Wenn der Chef das sieht. Ich möchte hier. Ein Porträt von mir haben. Wo steht's? Aldo Sachi. Aldo Sachi. Meist gegessen ist ein Dara. Genau. Damit auch alle sehen. Wer ist das? Aber mal gucken. Erstmal die drei essen. Ich weiß es nicht. Es ist nur so mein Ding. Neun. Wir gucken erst mal Step by Step. Ich hab vergessen, ohne Goku zu sagen. Das hier. muss runter. Jetzt wird er ja nicht mehr schmecken. So. Auf ein neues. Auf ein neues. Du Fettsack. Du verfetteter Fettsack. Bis zum Anschlag auf. Ich schwöre. Erstmal weg, oder? Nummer Kiro. Nummer vier. Nummer fünf. Nummer sechs. Einfach Kameramann. Ich hätte jetzt sogar mit dem Kopf. Alter, das geht gar nicht. Nummer vier. Also bei mir. Das ist echt warm. Ich komme jetzt einmal mehr Zenit an. Ich verstehe es nicht. Ich tue mich grad echt schwer. Guck mal aber auch hier. Nicht, dass es bei so viel aussieht. Ich hab auch schon vier, ne? Die Sache ist, ich bin an den Punkt angekommen, schmeckt mir nicht mehr. Warte mal, ich habe jetzt sechs Stück. Du hast groß geredet, an den neun hast du gesagt. Die bestellen noch. Ich nach dem Bein nicht mehr. Wie du nicht mehr? Ne. Sorry, aber ich bin nicht gleich zum Keil. Ich mache auf Ehre noch meinen fünften weg. Wir haben noch einen Cheeseburger, einen Bulgogi, einen Käse oder einen Karin. Ich akkuliere die Tatsache zum Gewinner. Aber Bruder, keiner gewinnt dich. Aber es ist keine Chance. Bruder, dein Magen, dein Du-Sein, dein Leben, was du da machst, weiß ich. Ich verstehe es nicht. Ich will es nicht verstehen. Bruder, ich habe einfach gewonnen. Hier, kannst du weiter essen. Bitte. Tut mir leid, aber... Nein, Bruder. Ich bin auf. Bruder, mir ist eigentlich egal. Liga, mir ist es mir um. Nein, du kannst den Kopf wieder machen. Nein, egal. Bruder, mir ist schlecht. Mir ist wirklich schlecht. Ich hoffe, das ist irre. Fünf Stück. Ich bin damit wirklich zufrieden. Sag dir ehrlich. Du hast wie viel Sieben gerade? Bruder, wenn du einen neuen Burger schaffst. Ohne Witz, das ist... Ich kann es nicht erklären, Bruder. Das wäre unfassbar. Komm, die letzten zwei. Wie viel hast du schon gegessen? Sieben. Also fünf plus zwei, ja? Nein, er hat sieben, ich habe fünf. Ja. Und er macht noch zwei. Dann habe ich erst gesagt neun. Was? Eigentlich sag ich ehrlich. Wir wollen ein Porträt an der Wand spielen. Ich möchte ein Bild von mir an der Wand haben. Mit neun Burger. Ich kann nicht lachen. Ja, das ist ein Bild. Also wenn du die Frau sagst, ja? Ja. Dann musst du mal mit Chef reden. Das geht, das ist... Ich will Chef reden. Das ist was Besonderes. Bruder, Besonderes. Oh mein Gott. Machen die so dick, Dicke. Geht den an. Guckt euch das an. Davon habe ich schon sieben Stücke in meinem Bauch. Ich glaube, diesmal wird ein Kotzikotzi von jemand anderen kommen. Andi. Tut mir leid, Andi. Aber ich glaube, wir treten. Absage, Absage. Okay, dann lacht er einfach. Oh mein Bauch, Mann. Ich denke, hier sitzt aber noch, ja? Acht, Mann. Ey. Wo ich hohe ist, denk ich? Lach auf. Weit was. Ich weiß nicht, wo ich hohe ist. Wo ich hohe ist, entgegen und lacht dabei. Janis, wer bist du? Ich mag jetzt ein Blatt. Ich habe noch kurz mit dem Arsch in der Arsch. Oh mein Bauch. Kannst du mir beide nachhinein an die Dinger nehmen? Ich kann nicht schicken. Boah. Ich mache mir die Bruder, kriege ich mich runter. Sieht mir da. Nee, die waren noch frisch. Was? Nein, ich. Ich habe die Flasche rechts. Es geht nicht um meine Böde. Nein. Ich will zum Herrn. Das habe ich noch nicht seitdem. Guckt euch das mal an, ja? Also, wenn du Weltmeister bist, der König, dann machst du 10. Bitte lange! Zweistellig! Zehn Burger! Zweistelliges Burger-Essen! Zweistelliges Burger-Essen! Und den Neuen geschafft hast, Schuss auf den Zehnten! Die Jungen sind süß! Er fragst du mal, komm jetzt! Und den Neuen geschafft hast auf den Zehnten, Ja, warum bin ich fest, dass du überzeugst? Oh, ich bin 10. Ich wusste es nicht, okay? Bulgogi? Nein, ich bin Bulgogi! Nein, 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 nein! Ein Fischwerger noch! Ja, für ihn! Aber welchen habt ihr? Salmon oder Mezula? Lachs oder Mezula? Ihr habt doch irgendwas mit Scampi, oder? Ja, das haben wir! Den? Ja, mach ihn noch! Er muss Weltmeister lernen! Ja, komm! Aber ich meinte erst, ich will danach mit Chef gehen! Sagst du, wie ist das? Ja! Ich will danach mit Chef gehen! Eben Burger, ja? Ja, ja! Ja, ja! Ich bin dann überhaupt da schnell! Aber schneller! Es war schnell, mach bitte! Scher, 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 scher! Ah, bitte! Ich will die Rechte! Danach! Danach! Dann der Chef kommt! Ich freut mich davon! Ich freut mich davon! Ich freut mich davon! Letzter Burger! Klasse! Hol uns nen Chef, man! Warte mal wieder, ich will den Chef! Ey, ich schwöre, Leute! Lasst bitte wirklich! Wie ist der Tag ist der? Guck dir den an, Digga! Bitte, ey! Ich mach Niklas! Bitte, lasst Liebe da! Wie lange habt ihr schon gegessen? Ich hab 10! Sein 10! Von dir! Das ist krank! 100 Prozent! Überleg mal, Schade! 5! Ich sag, der kommt hoch! Wegen Fisch auch noch, der kommt hoch! Ich bin ehrlich, ich verdauere grad gut! Bei mir langsam ist das super! Aber bei dir schwer! Ey, guckt euch mal bitte! So, Alter! Dieses Scampi auch noch! Hol uns den verdammten Chef, he! Oh mein Gott! End gegen das Scampi! Ich sag dir ehrlich, 11 geht auch! Wenn jetzt jemand kommt, er sagt zu dir, Arda! 10.000 Euro, wenn du noch einen isst! Dann ja, oder? Ja, aber 10.000 Euro! Hä? Noch 5! 10.000, 5 Burger noch? Ich war mit den Armin, ich hab jetzt! Weine raus, Alter! Mach halt deine Fresse jetzt! Oder wir uns grad überlegen! Ich schwöre dir noch 11, Mann! Ich schwöre dir, Alter! Ist es you? Ist es you? Oder ich komme schnell! Eins Scampi noch! Wir überlegen gerade 11! 11.000 Euro! Elfte geht noch mein Nachlang! Uua! Wie du oder nicht? 1, aufnacken... Cheeseburger ohne alles! 11.000 Euro! You vs. You! Wenn ich nicht drüber wäre, denke ich noch 1? Ja ja... Cheeseburger ohne alles! Ohne alles! Entschuldigung! Nimmst du noch eins? Nein, nehm ich noch. Hamburger mit Salat. Hamburger mit Salat und ganz normal. Nein, ich komm nicht. Warte, ich schwöre. 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 Oh mein Gott. Mach nicht so, ich schwöre. Doch, ich frage. Mache, doch. Ja, für dich ist es einfach, weil, guck mal. Es ist erst der Monster, mach das. Ich hab das. Hamburger ohne, also ganz normal Hamburger. Plain? Ohne Salat oder? Doch, mit Salat. Mit Salat? Zwiebeln, Tomaten. Lass Zwiebeln weg. Lass Gurke weg. Nur mit einem Salat. Und Tomaten auch weg. Tomaten? Kein Tomaten. Mach es. Ich mach es. Doch, doch. Oder warte, ich kotze. Grosche und Morde. Ein bisschen wie Schicht, oder? Langsam. Ich sag euch so, wenn ich noch nicht höre, ich werde ihn 100% dazu kriegen, dass er noch essen. Ich bin mir ganz sicher. Ich werde ihn dazu bringen, ob er will oder ob er nicht will. Sorry. Mir ist schon unangenehm, ja? Wir nehmen nur einen Hamburger, bitte. Ein Hamburger. Ein Hamburger. Mit allem. Nein, nein, nicht mehr. Mach durch, bitte. Durch. Durch. Hadi Land. Ich bin ehrlich. Ohne zu Lava, ohne irgendwas. Die Leute wissen auch nicht. Aber du hast jetzt 10 weggemacht. 10. Ich sag dir ehrlich, dieser Gedanke, dass ich jetzt wieder eine Hamburger-Pattierelle leisten muss, ist wirklich sehr, sehr eklisch. Ist das Fleischgeschmack? Oder? Ist das Fleischgeschmack gespürt. Hängt aber ums Käme oder ums Käme? Oder ums Käme? Aber wir können uns am Sonntag natürlich entgehen. Für mich persönlich, das ist wie, als ob du die Champions League genießt. Das ist wirklich, das ist ja eine Ultra-Ultra, was Essen angeht. Ich finde die Gedanke von 6-7. 6-7, ich bin Dings. 5. 5. 5. Er hat das Doppelte. Plus noch eine. Gib mir 10 Millionen, ich hoff das nicht. Also in der Zeit, ich schaff es nicht für 10. Ich schaff es nicht, geht nicht. Letzte. Elbste. Dankeschön. Gerne. Wir wollen mit dem Chef sprechen. Der ist nicht da? Ja, der ist nicht da. Der ist schon 17.30 Uhr gegangen. Okay, alles klar. Kannst du mir eine Kollasion mit dem Eisen? Wir wollen das Bild an die Wand. Hat schon mal jemand sowas geschafft? Das ist ein Rekord, oder? Ich weiß nicht. Also ich glaube schon. Ich glaube, das ist ein Rekord. Aber so weit ich weiß, ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube schon, ja. Alles klar. Lass dich schmecken los an. Köstlich schmöchtlich. Ich kann nicht mal hingucken. Wirklich. Er macht so viele Mario raus. Ich weiß nicht. Aber sie machen einfach nur ein Rekord. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was ist das Absichtlich ist, oder? Wir sollen nur eine Cola bringen, ja. Ich denke, die schlimmste, aber. Also, das ist das fetteste GG, was ich überhaupt, glaube ich, verteilt habe. Elf Regen und Elf Burner. Ich hab das einfach aufgemacht. Ey, Leute. Warsch mich mal, red, red, du. Das ist wirklich eine Leistung. Wow. Also lasst bitte wirklich Liebe da. Lasst ein Like da, lasst ein Kommi da. Lasst ein Abo da. Supportet diesen Mann. Ich hoffe, es war lustig. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Er hat den Rekord gebrochen. Lasst einfach Liebe da, Leute. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.